Wir wissen ja alle, dass die Maschinerie, die aktuell im Gange ist, um die Menschen zur Behandlung zu bewegen und mittlerweile auch schon zu zwingen, dass die unglaublich groß und massiv ist. Gerade durch die großen Mainstream-Medien zieht sich das ja durch, da gibt es fast keine Differenzierung mehr an das Thema und es heißt nur, alle müssen diesem einen Weg hier nachfolgen, alle müssen da mitmachen und es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Und leider sind auch Teil dieses Vorgehens eine Art moralische Schauprozesse, die jetzt ganz, ganz stark medial schon seit vielen, vielen Monaten stattfinden. Und diese Schauprozesse finden immer bei Menschen statt, die aus irgendeinem anderen Grund als diesem C-Grund eben zur Bekanntheit gekommen sind. Meistens Sportler oder Schauspieler, bei denen man halt dann herausgefunden hat, dass sie sich nicht behandeln lassen. Und jetzt gibt es wieder einen und zwar über einen ÖSV-Star, der eben auch die Behandlung einfach nicht machen möchte, die einfach für sich selber sagt, für ihren Körper diese Entscheidung trifft, ich möchte das nicht tun. Und das ist natürlich nicht der erste Fall. Ich glaube, der bekannteste Fall zurzeit ist der Fall Kimmich in Deutschland, der jetzt ja auch extreme finanzielle Einbußen erleiden muss. Ich meine, natürlich sprechen wir von einem sehr hohen Niveau, aber trotzdem, weil er eben nicht behandelt ist und da gab es eben auch den Fallen Thiem, der dann mittlerweile, oder Thiem, der mittlerweile ja nachgegeben hat, dann den medialen Druck, das war ja unglaublich, was da abgegangen ist. Und das sind wirklich, und ich kann es gar nicht mehr anders bezeichnen, Schauprozesse, die hier stattfinden. Schauprozesse ausgehend von der Medienlandschaft. Und ich finde, das ist eine so gefährliche Entwicklung. Man kann gesamtgesellschaftlich immer Diskussionen führen, aber wenn man sich einzelne Personen herauspickt und wirklich diese Individuen dann öffentlich anprangert und fertig macht aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung über ihren Körper, muss man sich wirklich fragen, dürfen wir das als Demokratie und als angeblich freie Gesellschaft zulassen? Das hat nämlich überhaupt nichts mehr mit einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu tun, sondern das ist Mobbing. Ganz einfach, Mobbing. Das ist Denunzieren, das ist Diskriminieren, und zwar von einer Einzelperson, die dann irgendwann, zum Beispiel im Fall Thiem, aus großem Druck nachgibt. Man versucht hier also an Berühmtheiten, die für sich genauso wie jeder andere eine Entscheidung getroffen haben, versucht man ein Exempel zu statuieren. Und ich muss sagen, diese Art der Schauprozesse, die medial so breit getreten werden und vor allem eben durch die Medien forciert werden, teilweise mischt sich auch ein bisschen die Politik ein, was ich persönlich noch mehr aufs Schärfste verurteile. Das geht überhaupt niemandem etwas an. Diese Menschen haben genauso wie jeder andere für sich eine Entscheidung getroffen. Mehr ist es nicht. Aber eben genau diese Schauprozesse, die erinnern mich ein bisschen ans Mittelalter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jagt die böse Hexe, die sich nicht behandeln lässt. Und da hat man natürlich bei großen Berühmtheiten ein perfektes Angriffsfeld, weil die natürlich eh schon im Rampenlicht stehen. Und dann kann man die noch viel, viel leichter fertig machen, als es bei anderen Menschen der Fall wäre. Also ich persönlich verurteile so eine Art der medialen Verfolgung, die es ja schon fast ist, oder die es schon fast darstellt, aufs Schärfste. Ich verstehe nicht, wie man das einfach so hinnehmen kann, wie man das alles so akzeptieren kann, dass es den Menschen nicht auffällt, was hier passiert. Und ich hoffe nur, dass wir in Zukunft nicht mehr solche Fälle haben werden. Ich befürchte allerdings, dass diese Dame vom ÖSV nicht die letzte sein wird, die man medial an den Pranger stellt und die man dann öffentlich fertig macht, aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung über ihren eigenen Körper. Ja, es sind wie immer komplett verrückte Zeiten. Vor ein paar Jahren hätte man sich das niemals vorstellen können, dass man für so etwas medial fertig gemacht wird, ganz öffentlich in der breiten Masse. Aber so ist es nun einmal. Die Zeiten sind gravierend und komplett verrückt. Deswegen teilt mir bitte eure Meinung dazu in den Kommentaren mit. Was haltet ihr davon, wenn man Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen, Sportler, Schauspieler etc. so fertig macht? Ich hoffe, wir sind uns da alle einig, egal was für eine Position wir sonst vertreten, dass das definitiv kein richtiger Weg ist. Und dann noch etwas in eigener Sache. Wir können ja sehr viele Dinge hier auf dieser Plattform leider nicht veröffentlichen. Wenn ihr also ganz ungefiltert und unsensiert Informationen bekommen wollt, verlinke ich euch unseren Telegram-Kanal gerne dort draufkommen. Der wächst mit jedem Tag mehr. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Links, Artikel und ihr bekommt dort auch hin und wieder Informationen zu Demos und so weiter, weil ich ja auch oft gefragt werde, wo bekommt man diese. Auch die werden teilweise in diesem Kanal verbreitet. Also folgt uns auf Telegram. Dort bekommt ihr Informationen, die wir hier, wie gesagt, leider nicht veröffentlichen können. Ansonsten wünsche ich euch dann natürlich wie immer alles Gute. Abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.